Achtung, festhalten! Max, die dürfen das mit dem Diamanten nicht erfahren. Keine Bewegung! Hände hoch! Ich möchte eure Hände sehen! Dagegen bist du wohl machtlos, oder? Na komm schon, raus aus dem Wagen! Frau Wärts, Hände aus Wagen dann! Sie haben das Recht zu schweigen. Sollten Sie auf dieses Recht verzichten, kann und wird alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020